Wisst ihr noch, als Huub Stevens seine Spieler als Affen beschimpfte? Mai 2015. Der VfB Stuttgart steht mit dem Rücken zur Wand. Nach 32 Spielen Tabellenletzter. Zwei Endspiele gegen den HSV und Paderborn vor der Brust. Die Stimmung ist also angespannt. Trainer Huub Stevens scheint das Auftreten seiner Mannschaft nicht zu passen. Und das lässt er sie im Training spüren. Eine legendäre Ansprache, die in Sachen Deutlichkeit ihresgleichen sucht. In der anschließenden Pressekonferenz war von dem Ärger schon nichts mehr zu spüren. Der Knurrer von Kerkrade entschuldigte sich im Nachgang bei der Mannschaft. Gewürgt hat sie aber die Wutrede. Der VfB gewann sowohl gegen den HSV als auch gegen Paderborn und rettete sich auf Platz 14.